Was ist die Migrationsgeschichte? Hast du eine Migrationsgeschichte? Kennst du deine politischen Möglichkeiten? Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Dr. Siad Atta, niedergelassener Facharzt in Emden und ich bin der stellvertretende Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Emden. Willst du politisch mitgestalten und Einfluss bei der Stadt Emden nehmen? Dann komm zu uns. Der Integrationsrat der Stadt Emden ist die politische Interessenvertretung der Menschen mit Migrationsgeschichte und wurde 1992 gegründet. Er vertritt die Zugewanderten gegenüber dem Rat und der Verwaltung der Stadt Emden. Er trägt dazu bei, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und auch die Demokratie in Emden zu stärken. Am Samstag, den 12.03.2022, finden die Wahlen für den neuen Integrationsrat der Stadt Emden statt. Wir rufen dich eindringlich dazu auf, an diesem Tag wählen zu gehen. Auch wenn du keinen deutschen Pass hast, gib bitte deine Stimme ein politisches Gewicht und wähle deine Vertreterin oder deinen Vertreter für den Integrationsrat. Das ist deine Chance, dich am politischen Geschehen in deiner Stadt zu beteiligen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!